Oh, hallo! Meine Freunde Smarta, Mini und Pepe feiern heute im Garten eine Party und ich habe ihnen versprochen, für sie was Süßes vorzubereiten. Ein Cupcake mit Erdbeercreme und einer mit Schokolade. So, und jetzt mache ich noch Ausstecher. Das ist eine schöne Tischdecke. Hä? Smarta! Smarta! Schnell, komm mal! Was gibt's denn, Mini? Oh, ein Trampolin! Los, springen wir! Hoppa! Hopp! Aua! 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 Hey, stopp! Hast du das gehört? Oh, oh! Aua! Hey, Mädels! Warum springt ihr mir denn auf dem Kopf rum? Hä? Pepe? Das bist du? Du hast uns Angst gemacht. Pepe, wir dachten, es ist ein Trampolin. Nein! Nein, das ist ein Schwimmbecken. Ich mache kunterbunte Ausstecher. Kommt. Ich macheOL. Ich macheobilze ausstecher. Ich mache mich zu University. Ich mache ein Trampolin. Enfasse in der Kappe. Ich mache es nicht. Das ist eine Schepfe mit Böden. Ich mache mich zuerstellen. Und dann strebe ich alles schönes mit einem Schraub. Ich mache mich zu Böden. Ich mache mich zu der Kappe. Eine grüne Blume, ein pinkfarbenes Herz, ein blauer Schmetterling, ein lilafarbener Stern. Teller, Becher und ein Löffel. Fertig. Und zum Schluss mache ich noch einen leckeren Eisbecher. Eine Kugel Pistazieneis, eine Kugel Zitrone und eine Kugel Erdbeere. Da kommt jetzt noch Sahne drauf. Das hier ist Blaubeere. Sahne mit Orangengeschmack. Und jetzt habe ich Sahne mit Himbeergeschmack. So, jetzt sind noch Früchte drauf. Sieht lecker aus. Ich frage mich, ob meine Freunde schon fertig sind. Ich schaue mal. Los Mini, schütten wir die Bälle ins Becken. Pepe, ein Ballbecken zu machen war eine gute Idee. Oh, schaut mal. Da kommt Nicole. Hallo Freunde. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Ich habe für euch leckere Süßigkeiten gemacht. Und Limonade. Mh, ich mag Limonade. 1, 2, 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 5. 7. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 11. 14. 15. 11. 13. 14. alles schmeckt. Freunde, ich wünsche euch natürlich auch einen ganz tollen Sommer. Tschüss. Hihi, lecker, lecker, lecker. Hallo, schön, dass du dir unser Video angeschaut hast. Ich hoffe es hat dir gefallen. Vergesst bitte nicht auf Like zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss. Hallo Nicole, hier riecht es aber gut. Oh, hallo Smarter. Ja, ich habe Erdbeer- und Johannisbeerkuchen gemacht. Möchtest du mal probieren? Lecker, freut mich, dass er dir geschmeckt hat. Smarter, was machst du hier denn? Spotty hat heute Geburtstag. Deshalb bin ich ja da. Kannst du für Spotty eine wunderschöne Geburtstagstorte machen? Das würde ich gerne, aber die bunte Knete, die ich bestellt habe, ist leider noch nicht da. Siehst du, ich habe nur noch weiße Knete. Oh, wie schade. Sei nicht traurig, Smarter. Wir lassen uns was einfallen. Ah, schau mal. Wir können die weiße Knete ja anmalen. Und los geht's. Das heißt, das ist alles. Das war mir, ich habe you Feliz. Du bist das war mir Queigues. Und du bist so und lassen. Ich hab ihn schraub, dass du aber auch gesetzt ist. Wir sitzen können评 Eins, zwei, drei. Eine dreistöckige Torte. Ja, genau, Smarter. Und jetzt dekoriere ich die Torte. Weil sie für Spottie ist, mache ich eine Hundepfote. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt mache ich einen Knochen. So, die Deko für die Torte ist auch fertig. Jetzt malen wir alles an. Und jetzt mache ich den Knochen. Und jetzt mache ich den Knochen. Und jetzt mache ich den Knochen. Das war's für heute. Oh, wie schön. Nicole, können wir eine goldene Pfote machen? Warum denn nicht? Und den Knochen machen wir in Silber. 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 Alles Gute zum Geburtstag. Gefällt dir die Torte?